Herzlich willkommen zu einem neuen Video von QSO4U Tech. Heute mit einem Thema, mit dem sich die Anwender mittlerweile sehr beschäftigen. Das habe ich zum Beispiel in meiner Position als Systemadministrator sehr häufig gemerkt, dass Anwender auf mich zukommen und sagen, Mensch, ich habe gelesen in der Bild-Zeitung, zum Beispiel Bild-Zeitung, Windows XP Support ist abgelaufen. Was bedeutet das für mich als Anwender? Ist es überhaupt relevant bzw. ist es vielleicht sogar gefährlich? Man hört ja, viele Firmen gehen weg von Windows XP aus Sicherheitsgründen. Ja, und das möchte ich heute mal ein bisschen aufgreifen. Was bedeutet eigentlich Lifecycle bei Windows, bei Microsoft, bzw. was bedeutet eigentlich der Support, bis wann geht der und so weiter und so fort. Da gibt es ein Datenblatt, das seht ihr gerade schon eingeblendet. Das Datenblatt wird natürlich auch verlinkt, kein Thema. Erstmal muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Arten von Windows-Updates. Es gibt einmal die Feature-Updates. Das wäre zum Beispiel ein neuer Internet Explorer oder ein neuer Windows-Media-Player. Und dann gibt es natürlich noch den erweiterten Support. Mit den Sicherheits-Updates, also wirklich Sicherheits-Patches für Exploits und so weiter und so fort. Und da ist lediglich bei Windows 7 am 13. Januar 2015 der grundlegende Support, also für die Feature-Updates, abgelaufen. Das heißt, ihr bekommt keine zusätzlichen Funktionen mehr ins Windows rein. Kein neuer Internet Explorer, kein neuer Media Player. So lässt sich das vielleicht am leichtesten verdeutlichen. Oder wenn neue, ja sag ich mal, grundlegend neue Produkte auf den Markt kommen. Also zum Beispiel Blu-Ray ist auch so ein Thema, dass das nicht mehr integriert ist in Windows. Kann euch aber herzlich egal sein, weil der Hersteller von einem Blu-Ray-Laufwerk oder von, keine Ahnung was für neuer Hardware, der bringt da in der Regel dann auch einen Treiber und eine Software mit, die natürlich das Gerät dann auch unter dem alten, vermeintlich alten Betriebssystem zum Laufen bringt. Also von daher könnt ihr das Ganze recht gechillt angehen. Allerdings am 14. Januar 2020, das sind ja jetzt noch, ja fast 5 Jahre hin, da sollte man natürlich dann trotzdem mal auf ein anderes Betriebssystem umschwenken, weil dann wird es euch so gehen wie jetzt den Windows XP-Nutzern, dass die dann jetzt auch keine Sicherheits-Updates mehr bekommen. und dadurch sollte man natürlich ein Windows-Betriebssystem absolut nicht mehr verwenden und also schon gar nicht mehr, um ins Internet zu gehen. Wenn man es vielleicht standalone betreibt, ohne Internet, also wirklich physikalisch getrenntes Kabel und so weiter, ist es vielleicht noch okay, aber man sollte damit auf gar keinen Fall mehr ins Internet gehen und man muss halt damit rechnen, dass das Ding zu einer Virenschleuder mutiert. Wie sieht es aus mit Windows Vista? Also falls ihr noch Windows Vista nutzt, das seht ihr hier auch, 11. April 2017. Bis dorthin müsst ihr auf jeden Fall auf eine andere Version migrieren, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch auf ein anderes Betriebssystem migrieren. Und dann ist natürlich bei Windows Vista schon 2012 der grundlegende Support, also der Feature-Update-Support abgelaufen. Und da bekommt man seit längerer Zeit nichts Neues mehr dazu. Und Windows 8 Nutzer, beziehungsweise Windows 8.1 Nutzer, die werden das am 9. Januar 2018 merken. Und da geht dann der Update-Support, also der Sicherheits-Update-Support bis zum 10. Januar 2023. Also ich denke mal, das ist noch genügend Zeit. Und wenn es dann wirklich so ist, wir haben ja darüber berichtet, Microsoft Pressekonferenz, dass das Upgrade im ersten Jahr kostenlos wird, dann wird sich das Ganze mit diesem Lifecycle natürlich noch ein bisschen nach hinten ziehen, wenn ihr dann Upgrade macht auf Windows 10. Was ihr übrigens jetzt hier schon mal seht, das ist eine virtuelle Maschine, aber ich habe das heute mal extra für das Video angeworfen. Was auch noch interessant ist, ist das Verkaufsende. Da kann man sich auch mal durchklicken, das werde ich euch aber jetzt nicht alles zeigen. Was für Business-Kunden interessant ist, also für, sag ich mal, kleinere IT-Unternehmer, die vergessen sowas häufig, dass sie noch irgendwo für irgendeine, keine Ahnung, SPS-Steuerung oder für irgendein Messsystem noch einen Windows 2003-Server rumstehen haben. Und dazu kann ich nur Folgendes sagen, wenn das jetzt hier aufgeht. Ich habe mir jetzt eigentlich erhofft, dass er mir hier was anzeigt, wann der Lifecycle hierfür zu Ende ist. Moment. Genau, hier sieht man es ja. Also Windows-Server 2003 am 14. Juli 2015. Also, liebe Admins, die noch 2003 einsetzen, also ich habe auch noch ein paar Server, aber die werden nach und nach jetzt abgeschafft, beziehungsweise ummigriert auf 2012. Ähm, dann solltet ihr das auf jeden Fall noch machen bis zum, ähm, ja, bis zum Juli. Und das kann nämlich dann auch ziemlich böse enden, wenn man noch so ein altes Blech betreibt. Ähm, es gibt sogar Firmen, die betreiben noch Windows 2000. Also, ja, da muss man sich wirklich Gedanken machen. Also, man muss schon wirklich sagen, das hat alles natürlich auch seinen Sinn, warum Microsoft solchen Lifecycle, äh, so einen Lifecycle hat. Das hat aber jedes Produkt, ob ihr jetzt ein Betriebssystem habt oder irgendwie eine Groupware-Anwendung oder irgendeine andere Software, ähm, wenn man dafür bezahlt, irgendwann gibt es halt keine Updates mehr dafür. Windows, äh, 2008. 2008, das wird ja auch relativ häufig eingesetzt. Das sieht so ähnlich aus wie, ähm, Windows 7, also vom, von der Ablauf, vom Ablaufdatum her. Und, äh, da sind wir jetzt mittlerweile auch schon dabei, dass da keine neuen Features mehr kommen. Also, der Mainstream-Support, der ist bereits abgelaufen mit Windows 7. Und, ähm, der Extended-Support, der läuft eben noch bis 2020, ähnlich wie Windows 7. Und das gilt natürlich auch für den Hyper-V. Der auch, äh, also der Hyper-V 2008, der gehört da natürlich auch mit dazu. Ähm, man muss allerdings sagen, der Hyper-V mit, äh, 2008-Server. Das muss man natürlich dazu sagen, weil den Hyper-V gibt es auch als Standalone. Ja, ähm, soviel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen bei der ganzen Geschichte. Ähm, wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne natürlich in den Kommentaren, könnt ihr mich gerne löchern oder auch bei uns im Forum nicht zu vergessen. Ähm, da könnt ihr natürlich gerne jederzeit Fragen stellen und ich werde versuchen, darauf einzugehen, beziehungsweise natürlich auch andere Nutzer, die werden da auch ein bisschen mitdiskutieren. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Upgraden und denkt dran, Windows XP ist nicht mehr sicher. Und wer noch mit Windows XP dieses Video hier anguckt, der sollte möglichst schnell mal über einen Umstieg nachdenken. Vielleicht kleiner Tipp vom Profi, sag ich mal, es gibt mittlerweile recht günstig Windows 7 Upgrades oder Windows 7 Lizenzen. Und man kann auch von, ähm, Windows XP direkt auf Windows 8.1 upgraden. Äh, das nur so als Tipp. Und das gibt es teilweise auch recht günstig. Und, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Kurs Over U Tech. 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 Vielen Dank.